Ohne G'sand. Okay, dann nicht. Look, die wollen mich tot sehen. Wer will dich tot sehen? Ich klopfe aber auch gelobt, ich weiß sie nicht. Ich bleib mal bei Dragon. Hast du eigentlich auch schon die Blüschtheorie sehen da von dem Spiel? Den Drachen da? Von welchem Spiel? Na ja, wo ich geschrieben hab wie Pummel-Party, so nicht. So wurden die noch nicht groß angeguckt. So oft ist die Ferne. Sagt er denn Bescheiß? Ich bescheiße nicht. Ich hab zu uns übersteckt. Ich schick gleich einen Videobeweis in den Discord. Ich bin gespannt, schick mal. Ich will es trotzdem wissen. Schick mal. Warte mal, G'sand stell ich mal da rechts hin. Ich stand hier. Ich... G'sand stand hier, ich stand hier und vorn stand hier. Wir sind beide aneinander vorbeigelaufen. Aber ich hab nicht gesehen, dass du dran scheinbar gefressen hast. Und dann bin ich halt hier gewesen. Und dann ist G'sand einfach hier so gegangen. Nee, ich stand hier. Ich stand hier so weit hier. Ich stand hier und dir wo... Ich stand hier und dir wo... Nee, du standest hier oben. Und dann kriegst du mal hier unten. So viel wollen. Ja. 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 Ich geh. Zurück, Amaria, du bist verrückt. Zurück. 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 Ich bin nicht verrückt. Ihr seid das. Ich weiß ganz genau, dass er betrogen hat. Ich weiß ganz genau, dass er... Dass er betrogen hat. Ich gestern mich nicht. Amarillo, jetzt mal ernst. Amarillo, jetzt mal ernst entspannt. Wir waren uns gerade nett am unterhalten. Und außer dir ist keiner ausgeflippt. Amarillo, du bist verrückt. Ja. Ich weiß hier grad von... Ich glaub auch, du bist verrückt. Ich weiß ja nicht, welche Stimmen du hörst, aber ich höre alle anderen. Ich hab ihn von dem Keks und diesem anderen Gesandtbetrüger verfolgt. Von dem anderen Gesandtbetrüger verfolgt. Von dem anderen Gesandtbetrüger? Hä? Amarillo, du bist gar nicht hinter dir. Das bildest du dir ein. Du bist verrückt. Ja. 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 Die waren eben gerade beide bei dir. Achso. Äh. Keksi hab ich, glaub ich, grad noch bei uns gesehen. Ja, ne? Nee, Keksi ist doch... Achso. Hä? Also, Lüppi hab ich auf jeden Fall gesehen. Und ich glaub, Keksi hab ich auch noch gesehen. Ich find's aber schön. Keksi mich fertig. Ja, Alice steht auf dem Haufen. Und dann rettet er die ganze Zeit mir hinterher. Ja, Mann. Aber ich stehe an der Glocke. Ich weiß ja nicht, was hier war. Amarillo, es ging darum, dass vorhin, als wir nur noch zu dritt waren, oder zu viert waren alle auf dem Haufen. Jetzt sind wir ja noch alle am Leben. Da war's auch eine Ausnahme. Ich stehe an der Glocke. Hier geht's manchmal schwierig, um was auszuklären. Du läufst die ganze Zeit von mir weg. Ich will nur mit dir reden. Ich geh zum selben Ohr an. Okay, scheinbar hab ich nicht... Das ist aber gut, ey. Kann mir mal jemand erklären, warum ich nen... nen Heusack 50.000 Mal aufschütteln muss? Nur weil da mehr drin ist. Der der flauschig ist. Bist du auch flauschig? Wer ist flauschig? Wer von euch ist flauschig? Keine flauschige Arsparung. Ich hab grad schon was Cooltes gesehen. Nein, das möchte ich nicht mehr. Danke. Ähm. Oh, du bist grad fast durch den Tugis. Das ist dumm. Ja, Amaglou endet nicht mehr. Hä? Amaglou hat grad nix gesagt. Und das war ein Fake, Amaglou. Äh, ich war am Blumen schnippeln. Hab nach dem Ort gesucht, wo ich Xerxa treffen wollte. Äh, seh, die Mumie fängt an, renn runter und dann liegt da seine Leiche. Hätte er mal mein weiches Arspar gestreichtelt. Ah, die Schüße hier. Hab aber noch die Stimmen von Lüppi und Xan in der Nähe gehört. Gesehen nicht, aber ich hab sie gehört. Ähm, Xan war bei der Tempelanlage. Äh, Lüppi mein ich. Lüppi war bei der Tempelanlage. Ja, ich war oben. Das Tempelanlage. Wollte dann rechts gesucht sein. Gesehen hab ich nix, ich hab nur die Stimmen gehört. Oh Gott. Hat Mumie angefangen, dann bin ich runter gegangen. Die Leiche liegt. Die Straßen. Unter der Treppe, glaub ich. Da ist er auch, als der Nebel angefangen hat, ist er da stehen geblieben. I don't know. Ich wüsse nur, dass Keksi bei mir zum Flüss nochmal hat. Also, wer hat mich denn gerade eben gerotet? Wer von euch? Hallo? Warte, wenn ich texte, werde ich gerotet. Ich rote keine Dolos. Alter, ist doch sowas ein Dodo. Uff. Das war halt so random. Mann, ich wollte eigentlich noch das Gespräch zu Ende mit ihm führen. Jetzt ist doch so. Ja, jetzt, jetzt macht er nicht mehr mit. Doch, ich so. So, es sind alle tot. Aber du, die mich bewundet haben. Was? Lass mich schießen. Ne, wir trinken. Was ist los? Xan ist gestorben. Ja, weil Amorillo flügt ist. Xan, warum? Weißt du, der Einzige, der noch halbwegs vertrauenswürdig ist und dann stirbst du. Amorillo ist Lobby ist und der hat Xan getötet. Jetzt. Ich, Ali und Amorillo stehen um eine Leiche von Xan. Ich lese voran. Naja, egal. Amorillo hat Xan erlegt, warum auch immer. Amorillo kam vorhin nur zu mir und meinte so, er hat sich verraten. Lass mich schießen. Ja, ich hab ihn vielleicht missinterpretiert. Weil er sich vielleicht nicht auf mich bezogen hat, sondern auf die andere Person. Weil jetzt nur er mich gevotet hatte. Okay. Aber ein Hoch auf Korruption. Aber du hast nur meine Frage von eben nicht beantwortet. Doch, ich konnte mit Korruption schießen. Was ist das? Korruption aka Lobbyismus. Ach so. Lobbyist, der kann, wenn ich zwei Votes habe, kann ich schießen. Äh, Lobbyist ist ne neue Rolle. Wenn der zwei Votes kriegt, oder drei braucht er, dann kann er einmal killen. Hier braucht ich zwei. Deswegen hat er gesagt, lass mich schießen. Ja. Ich hatte so Angst, dass du irgendwas machst und bin dir hinterher. Ich bin immer so panisch, weil ich dieses Schussgeräusch hör und dann einfach Angst hab. Okay, bliege ich jetzt, bliege ich jetzt. Was sieht das denn als weiße Rolle, als blau? Ja, das war jetzt meine letzte Rolle. Also es war auf jeden Fall, ähm, sehr frech. Egal was passiert ist, erst mal frech. Weißt du, da unterhältst du dich ganz nett und auf einmal stirbst du. Und warum? Weil Dragon einfach der Meinung ist, er müsste wieder random in irgendwelche Leute reinsprechen. Du bist so dringend. Hast du mich jetzt örtet, oder soll ich mich nochmal... Soll ich mich nochmal... Das war ja erstmal meine letzte Runde, ich komm später nochmal dazu. Ähm... Zu langsam wird die Runde klein hier. Ja, aber ich muss auch dringend. Ja, ich komm nochmal dazu, aber das Problem ist halt, meine Kopfhörer sind leer und ich muss dann... Jetzt... Ich hatte Lüppi grad gerade aus. Ich hatte Lüppi grad gehabt. Da hast du kein Kabel zum Kopfladen? Ah, Dragon war es sogar? Lol. Ja, Dragon war... Dragon ist ja was, aber... Ich muss gleich auch mal zwei Runde aussetzen, denn ich muss zu einer Bekannten, die in den Hausstieg rüber wohnen, rüberrennen, die Katze füttern. Okay. Ich seh schon, wir machen Krautmaß für die nächste Pause, oder so. Ich bin erstmal kurz weg, weil ich muss jetzt meine Kopfhörer nochmal laden. Naja, ich bleib in der Lobby und stelle mich noch zu. Das klingt irgendwie nach einer allgemeinen GGD-Pause gerade. Na, auch ein paar Leute. Wie höfst du eine Pause normalerweise sagen? Vor allem das Beste war... Ich... Warte mal, ich muss bei dir die Stelle partieren. Ich werde das auch... Warte. Wir wählen die, damit er kriegen kann, wenn du beschwertest. Ja, aber ich... Ich war halt völlig... Ihr habt mich völlig so verhört. Dann in dem Sinne... Dragon, du willst kurz an dir vorbei...